die findet man scheinbar dieses angles of the wind findet man scheinbar im verhältnis zu anderen sachen wo ich ewig nacht gesucht habe schneller deutlich schneller und deutlich häufiger nochmal haben wir noch eine ladung danach also mal wieder tränkebraun gehen so wie viel stinger haben wir dann zwei wahrscheinlich mehr ich glaube damit können wir auch schon ordentlich was bauen oder gehe ich da hoch da unten ist noch irgendwas ich glaube ich irgendwie weiter genau so mehr oder weniger jahren ach scheiß auf das nehmen wir ein bisschen mit irgendwie wurde mich jetzt mal da lang dass wir so noch eine kiste oh heilen sollte ich mich trotzdem mal und nicht einfach so ach Band of Regeneration sieht nur ein bisschen anders aus ja ich glaube das könnte ich auch noch irgendwo sinnvoll anwenden also kombinieren mit was oder war es was anderes da ist noch einer dschungelspro war nicht wie viel haben wir überhaupt 46 irgendwas mit 65 für alles was man damit bauen kann habe ich gelesen so viel werden wir wahrscheinlich nie brauchen aber why not so ein stück nach oben graben und dann erst nach unten genau so das reicht schon da ist was ich viel aber irgendwas äh etwas meine ich besser als gar nichts im aber hier geht es ja auch bei uns weiter aber hier geht es ja auch bei uns weiter aua 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 so die dschungelsporn so die dschungelsporn würde ich mal mitnehmen so wir brauchen echt bald mal das gegenstück zu den tiger claws äh ja shoespikes heißt war das nicht die tigers claws oder war das die kombination dazu Tiger climbing gear genau das andere war tiger claws äh so das ist immer noch mein vieh äh 52 50 j j j j j Das war's. So, da wollte ich noch mal kurz angucken, ob ich da noch was finde, oder wie sieht es so aus. Hier ist es den Tod. Achso, ich bin einfach nur ORM. Kurz nachladen. Na? Dachte ich wär irgendwie so gemutet oder so. Äh, J? Ne, kann man nicht. Da kann ich noch mal heilen. Da ist noch so ein Teil. Da ist noch ein Teil. Oh, der hat sich da auch noch. So, Fackel setzen. Tun machen. Oh. Äh, welch hier mal? Ja, achso. Lol. Okay. Der hatte tatsächlich noch was dran. Gut. Zu wissen. Die sag ich auch gleich mal ein. Aber erstmal geht's an die Quickstack. Oh, hier. Äh. So. Und. Loot all. Fixed Deck, Fixed Deck. Loot all. Fixed Deck, Fixed Deck. Und noch was drin? Nein. So. So. Das da hin. Äh. Doch. Doch. Gern noch ein bisschen mehr. Genau. Emerald. Äh. Du, 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 du. Hup. Äh. Komm. Ich hab was zum Monster Zeugs. Das behalten wir noch mal. Was kann man mit dabei sein? Ähm. Dann fang ich mal in die Bastelkiste. Oh. Oh. Was kann man mit dabei sein? Ist ja keine Deko in dem Sinne. Ach. Den wollt ich auch nochmal ausprobieren. Egal. Später. Äh. Da waren schon viele Bomben schon gebunkert hier. Das ist doch mal gut. Äh. Ja. Komm. Scheiß auf die Pfeiler. Ab in Müll damit. Accessories. Banner. Statuen. Das ist Basteln. Das ist Basteln. Ja. Das ist Boost. Das ist auch Movement. Basteln. Baseln. Da ist Basteln. So. Irgendwie. Jaa. Egal. müssen wir mal richtig sortieren. So, aus dahin packen wir es mal ins Monster Zeugs. Das ist hier oben noch, naja. Das wollte ich ja noch behalten. Möbel und Deko. So, die wollte ich auch noch mal aufstocken, machen wir es wieder nach der alten Methode, äh, achso. So, ähm. Ah ja, bleh gut. Oh, ganz schön wenig hiervon. So, apropos ganz schön wenig. Hups. 26 Seeds. Und dann können wir doch fast schon eine Reihe voll machen. Hm, egal. So. Daybloom will ich auch noch mal ein paar mit, auch wenn wir eigentlich ein bisschen Überschuss haben. Daybloom schießt. Ja, fast Überschuss. Wir haben ziemlich einen Überschuss. 30, das waren irgendwie 37. Warte mal, ich wollte das Teil mal ausprobieren, was ich jetzt in der Kiste gelassen habe. Ich schlau mal, ja. Basteln. Da. Ah ja. Nehmen wir das weg. So. Ah ja, wenn ich mich bewegt, sehe ich das nicht so. Und wie messe ich damit jetzt was ab? Die klare Maus. Shift. Rechts die Maustaste halten. Steuerung halten. Shift halten. Ich dachte, ich könnte mal damit was abmessen. Hm. Hm. Versteh ich nicht ganz. Ähh, S. Q, E, R. Verula. Hm. Hallo, linke Maus, rechte Maus. Alle Buchstaben durchprobieren. Egal, ich find's noch raus. Scheiß drauf jetzt. Wieso hab ich die Ballon jetzt wegge... da in die Kiste getan. Hab ich gar nicht, doch hab ich. Weil, keine Ahnung. So. Irgendwie find ich noch raus, wie man da den Mechanical Ruler da benutzt. Das wollte ich eigentlich die komplette Reihe wegbauen, aber egal. So, jetzt wollte ich aber was brauen und das brauche ich jetzt auch von den Flaschen. Dränke. Das passt auch von der Menge. Äh... Na so ist schon besser. Es fehlt aber noch was. Da können wir trotzdem schon mal die ersten bauen. Oh, haben wir gar nicht mal so viel verbraucht davon, wie es ausschaut. Äh, egal. Ja. Ja. Herz und so. Äh... Ja. Genau. Äh... Oh, das ist schon recht ergiebig alles hier. Achso, das war nicht bei den Favoriten. Ja, macht ja nix. Äh... Den kann ich nicht einsammeln. So, ich wollte jetzt was bauen. Erstmal den Guide fragen. Crafting... 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 Ah. Dschungelsporen. Mahoroli müssten wir uns auch noch mal abbauen. Äh... Ivy Web. Gut. Dann wollen wir uns mal was bauen. Äh... Wer ist mal das? Achso, das kann man... Achso, das hat kein Vanity Slot. Ja, logisch eigentlich. Irgendwie ein bisschen schade eigentlich, weil da hätte ich gerne einen Vanity Slot für. Wenn ich mal etwas finde, was länger ist. Aber... Ja, Dingsbums. Ähm... Was länger ist, aber nicht so toll aussieht wie die des Weihnachtsgedöns. So... Eins... Zwei... Drei... Jetzt haben wir noch 14 Stück. Und was der Julio noch kostet? Crafting... Crafting... Das müssen wir alles noch bauen, ja. Aber... Da brauchen wir noch welche. Das Dinger haben wir genug. Amazon... Den auf jeden Fall noch bauen. Davon haben wir auch genug. So... So... Äh... Ja richtig, die wollte ich noch bauen. Jut... Jetzt haben wir auch viele Werte. Rax & Defense. Und die haben wahrscheinlich deutlich mehr. Wollen wir mal gucken... Zum Vergleich... Ich glaube 24 war das, ne. Mit Bonus... Nö... Zwei weniger. So... Mannequins wollte ich bauen. Nicht wo mannequins. Eins... Zwei... Drei... Nö... Zwei... 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 Ne, immer noch nix. Reeves Chainmail 35 Äh, Barren Das waren glaube ich Ah ja Auch gut, äh 30 Ziemlich genau Ähm, dahin Fashion Statement Aha Ach so, weil wir ein komplettes Event-T-Set zusammen haben Naja, auch gut Sieht aber nicht so prall aus für mich Na gut, hat ein bisschen was, aber nö, 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 sind wir es noch nicht So Apropos Fashion Statement Ähm Quick Slack Das war nicht Apropos Fashion Statement So Wrapping Hook Das ist Movement Das ist Movement So Äh So Da haben wir wieder meine Lieblings-Dings Äh, mein Lieblingshaken Die Efeu-Peitsche So, ich wollte jetzt noch Ah ja Einmal zum Klossier Shop Äh Das ist irgendwie neu Tuxedo Na gut Das suche ich Das Und das Und das Liegt das auch mit Schiebwind wahrscheinlich nicht Aber ich brauche halt die Klamotte mal Spaß selber ran Nur mal so Just for fun Und dann pack ich sie in irgendeine Kiste In die Vanity-Kiste So, aber vorher wollte ich noch Dings Bucks Genau Also nochmal ihren Dschungel und ein paar Bäume fällen Und dann ist auch glaube ich ein guter Zeitpunkt Ein Break zu machen Auch wenn es erst zwei Folgen sind Danach gehen wir einfach nochmal in den Dschungel und holen uns die restlichen Sachen Und dann ist eigentlich, ja mal gucken ne, was wir machen können Dann können wir uns ein bisschen um das angenehme kündern Beziehungsweise um den Elevator Und vielleicht mal den Dschungelwischen erforschen Und dann ne, das angenehme halt Also sprich bauen Und unser all das beliebter Spaß Muss man sagen Aber ich glaub nicht, das war das Folgenbomben So, ich möchte mich mal wieder mit der Ryssi sehen Falls ich irgendwie einen Screenshot mache Falls ich das mit dem neuen Riss hier als Screenshot sehe. Aber ich habe da schon eine Idee. So, ja, da sind doch schon Mahagoni Bäume. Acorn, Acorn, da. Da ist auch noch ein Mahagoni Baum. Auf die Neuen. Gut. Da ist kein Mahagoni Baum. Doch, da ist noch einer. Direkt vor meiner Nase. Eigentlich hätte ich auch die normalen Bäume wegmachen können. Ich glaube die droppen ein bisschen mehr... ...Blickhorns. Die normalen Bäume. Ja, habe ich gesagt die normalen Brachofoni Bäume. Oh, ich muss diesen würden Cursor wegmachen. Und die droppen nicht wirklich vier Icons. Wohl egal. Ich wirklich nicht wieder. Das ist eine maßlose Übertreibung. Eine Untertreibung. Whatever. Das reicht erstmal. Das reicht erstmal. So, ich würde die Folge gleich nochmal beenden. Quickstack. Äh. Quickstack Romania. So machen wir das. Community. So. Eins. Zwei. Drei. Ähm. Freutatouris. Geht's weg. Geht doch. Komisch. Äh. Das behalten wir noch. Familia Pants. Wollte ich eigentlich auch noch reintun. Hä? Äh. So. Der kann wieder da hin. Irgendwas wollte ich bauen. Was hoffentlich noch geht. Jupp. Bäm. So. Mhh. Blackstone Co. Flup. 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 Oh. Haben wir auch noch da. Äh. Waffen. Dahin. Jut. Dann. Ja. Wie war's? F11. Jo. Machen wir noch einen Screenshot. Jut. Und ich würde sagen. Mit diesem. Leeren Bild. Verabschiede mich in die nächste Folge. Wo wir nochmal in den Dschungel gehen. Wie immer mit einem. Bis denn dann. Mhh. 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 Ja. drivel. Vielen Dank.